1792, um diese Zeit wurde die Stadt Köln am Rhein von der französischen Revolutionsarmee besetzt. Der Stadtkommandant General Doroyer erteilte die Order, Herr Bürgermassen, hiermit befehle ich, die ganze Stadt Kolonne aus für aus durchzunummerieren. So ritt befehlsgemäß ein französischer Korporal durch die Glockengasse zu Köln, parierte vor dem Patrizierhause Mühlend sein Pferd und schrieb über das Tor die Zahl 4711. So entstand aus einer schlichten Hausnummer das weltbekannte Zeichen für 4711 echt kölnisch Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020